Musik Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video Leute Und ihr habt es mit Sicherheit am Titel gesehen Wir trollen heute wieder ein paar Leute im guten alten Cake Wars auf Mindplex Leute Und bevor ich das vergesse Leute Ich habe ja den einen Livestream gehabt Minecraft Creeper Der ist aber ein bisschen mies gewesen Weil in dem Sinne mies Weil das Internet abgeschmiert ist Deswegen war der Stream zu kurz Es tut mir leid, dass der halt so abrupt abgebrochen ist Aber das Internet war mies Und da konnte ich auch nichts Das hat sich ein bisschen lange hingezogen Und deswegen habe ich keine Videos hochgeladen Aber ich werde auch ein bisschen unregelmäßig ein paar Videos hochgeladen Aber ich versuche ein paar Videos noch zu bringen Leute Ähm, aber egal Jetzt werden wir ein bisschen trollen in Cake Wars Leute Wenn es uns gefällt, könnt ihr den Daumen nach oben da lassen Abo und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen Und jetzt aber los geht's Wir sind hier in einer normalen Runde Leute Ihr seht es Ganz normale Runde Und ich habe mir extra für dieses Ja, kleine Mini-Projekt Ich nenne es mal Mini-Projekt Einen passenden Skin angelegt Leute Und ja, was ist unser Fahrplan? Natürlich ist es ein bisschen trollen Mal gucken, wie lange das hier wird Das Video wird ein bisschen länger heute Ah, guck mal Er bohrt sich schon rüber Wie geil Blub, da fällt er Haha, da Das fängt ja schon mal sehr gut an, Leute Äh Ja, Leute Ich weiß Ich sag das nochmal im Voraus Trollen Ist nicht witzig In dem Sinne Aber Eigentlich ist es schon witzig, Leute Aber Ja, muss Jeder muss so sehen, wie er will Und er muss es auch auffassen, wie er will Der eine findet es lustig Der eine findet es nicht lustig Es dient nur zur reinen Unterhaltung, Leute Seid nicht böse, wenn ich das ab und zu mal mache Ich werde es aber nicht In zum Beispiel diesen Speed-Runden machen Keine Sorge So Was hat der gute Mann hier vor? Ich hab also nicht Also hier hab ich es nicht vor, die Runden zu gewinnen Ähm Ich hab vor, nämlich als Skywars Mal diese Speed-Runden zu machen Also diese Du weißt was Ich mach's ja mal mit Skywars Mal mit Bad Wars So, da werd ich nicht Trolling machen Ich hab das, glaub ich In irgendein Livestream mal gefragt Ähm Ja So, jetzt tu ich's mal So tun, als wenn ich sammle Ich sammle ja jetzt hier gerade Aber Im Endeffekt brauch ich das ja nicht Weil Außer doch nachher für Okay, er baut den Kuchen zu Das mach ich jetzt nachher Mal wieder wegbleiben Ne, Leute Ihr wisst ja Ich baue ja gerne das ab Den Shots So Was hat der vor? Also er hat bisher nix vor Kennt er mich? Oder warum hat er mich gerade so komisch angeguckt? Keine Ahnung, Leute Haha Aber wie gesagt, Leute Könnt Mehr gerne in die Kommentare schreiben, Leute Ähm Kann man auch woanders trollen? Geht das? Wenn ja Im welches Spiel Auf welches Server Schreibt mir das bitte Dann Kann ich ja auch mal Anderes Trolling machen Außer nur auf Bad Wars Was Sky Wars Glaubt mir, Leute Sky Wars kann man nicht trollen Auch nicht Du Wobei Du könnte man ausprobieren Aber ich glaub dann Ne, das ist kein Das ist nicht so witzig Denn Ah, Mist Plopp Da fällt er wieder Ach, Leute Ja, Leute Wie gesagt Der Typ Meckert mit Sicherheit Drum Oder lief er gleich Nein, er hat Er Nicht Guck mal Ich werfe ihn mal hin Hat er es genommen? Ja Ich hab nichts gemacht Er ist weggeglützt Ist er Ach, ne Er steht da um Oh, er ist doch Doppelt Ja, Leute Mittlerweile Meckert er hier rum Was, ein Otto Oh, jetzt Boht er Jetzt deckt er sich rüber So, Fall Der lief Lief doch Geh raus Wenn du keinen Bock Auf mich hast Mal gucken Was schreibt er jetzt Er ist am Schreiben Leute Er macht nichts Er denkt einfach Wirklich Er glitscht Oh, Leute Er hat doch gesehen Dass ich das Abbaue Ach, egal Ach, jetzt kommt er damit So, der Tool ist so Trotz wenn ich ein bisschen Oh, es hat Geglitscht Yes, er fällt runter Hä, war das bei mir gerade? War das bei mir? Keine Ahnung Ja, ich glaub Das liegt an mir Und da hat er gelieft Damit ab in die nächste Runde, Leute Also mir ist aufgefallen Das liegt nicht an mir Sondern an den Der fällt da vorne runter An den Server Also der laggt hier ein bisschen rum Also, Leute Diese Verzögerung Die es hier gibt Das ist der Server Und nicht ich Und Keine Ahnung Woher hat der Blöcke Also weg damit Weg Weg Wir machen auch hier weiter, Leute Mit den guten alten Trollen Und Ja, also wie gesagt Das andere hat 5 Minuten gedauert Mal gucken Wie lange das hier dauert Je nachdem Wie lange das Hier jetzt geht What? What? Fall Und da ist er gefallen, Leute Yes Ich glaub Das ist die beste Trolling-Folge Die ich sehmals gemacht hab Bisher Weil Es hat sonst so ewig gedauert Bis getrollt wird Also bis ich trollen konnte Und jetzt hat's einfach mal nicht Oh, schade Ich dachte, er hat gelieft Lol, der ist gelieft Jetzt sind's nur noch 2 Ich weiß nicht Konnte man das am Anfang gesehen Dass das mehrere waren Aber es kommt Ja, ein bisschen Vertrauen geben Ähm Weil das waren doch mehr, Leute, oder? Naja Wir sind rausgegangen Ähm Und das wird ziemlich schwer Hä, ist das ein kleiner? Ach, schade Mist Wenn er jetzt Wenn er so ein Spieler ist Der wirklich das erste Mal Minecraft spielt Ach, nö, 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 nö Ähm Leute Gib ihm mal ein paar Blöcke Äh Äh Ja, genau Äh Baut er sich jetzt rüber Wenn, ja Lester's ist trollen Okay Der Rote muss keine Angst haben Und Wuss, da fällst du Hehe Ja, ja, Leute Ich bin Fies So, jetzt müsst ihr hier aufpassen Kommt der da oben Ja, er ist doch da Dragman Er ist doch da, Leute Er ist doch da Noch Er bewegt sich aber nicht Und somit hat er gelieft Und damit ab in die nächste Runde, Leute Somit sind wir jetzt im blauen Team, Leute Jetzt sind's drei, Leute Also mit mir drei insgesamt Okay, die hat jetzt Wolle gekauft Okay Äh Eine Wolle fehlt Ich bin gespannt Kennt die nicht? Ne, ich glaub nicht Weil die so guck, dass geguckt hat Denk deswegen Äh Okay, die scheint sehr gut zu bauen Mist What? Voll noch Los, voll Hä Leute So Der andere Anlauf hat nicht geklappt, Leute Das hab ich jetzt Glaub ich mit Sicherheit rausgeschnitten Ähm Ja Unser letzter Hoffentlich letzter Guter Abschluss Für diese Trolling-Folge, Leute Denn Die sehen nicht aus Wie die hellsten Kerzen Weil der Typ Sieht nicht hell aus Irgendwie Aber egal, Leute Ich will hier niemanden beleidigen Und somit haben wir Jetzt schon unsere Trolling-Items, Leute Finde ich hammergeil Dass man das machen kann In anderen Servern Wollte ich nämlich auch sagen Auf anderen Servern Nicht In anderen Servern, Leute Ähm Kann man das nämlich so machen Oder ist es so Dass du Ja Na Wir haben es jetzt noch geschafft Ich wollte halt sagen Dass man auf anderen Servern Nicht die Blöcke abbauen kann Aus dem Grund Weil jetzt kommt da immer so Command So Äh Du darfst das nicht Äh Und ja Ja Der eine rastet das So komplett aus, Leute Ja Wird nicht schon mal sehr gut Ob es nichts ging So Mal gucken Wenn sie jetzt Jetzt ziemlich früh liefen Was ich sehr Stark Bezweifle Weil die rasten hier Komplett aus Ich will nicht sehen Wie die gerade Vor ihrer Handys sitzen So richtig Äh Guck mal Ach Leute Das ist doch Ach Leute Bin mal gespannt Wann der erste Anfängt zu lieben Woll weggeworfen Äh So Weil der wird lieben Das weiß ich Hundertprozentig Weil der Nur rum steht In Aktivität Wird nämlich bestraft Okay Leute Dann spielen wir so Ein bisschen mit Oh ja Ich hoffe Ein bisschen Iron Sword Ein bisschen Rüstung So Wird reichen Ähm Baut der jetzt hier weiter Ja er baut weiter Null Nein Es liegt nicht an meinem Internet Leute Es ist der Myplex Server Der so rumspinnt Ja Hab ich glaube Es schon mal gesagt Ähm Ja Und als kleines Bonbon Am Ende dieses Videos Ich hoffe ich Vergesse das nicht Und wenn Tut es mir leid Tut es ein paar Ähm Wie nenne ich das Fehlversuche Ähm Am Ende nach dem Outro Packen Nämlich Ich hab das Video Schon Naja Ähm Ich hab Schnell den Schnell den guten Kuchen ab Leute Ihr habt es ja gesehen Ich hab ihn Bisschen So Ich hab ihn Eingebaut Das geht hier Teilweise Ziemlich gut Diesen Server Guck mal Ich gucke Und bau ab Er fühlt sich so cool Leute Er soll Aber das werde ich Aber das werde ich wohl Nicht mit Einbauen Damit ist das spiel vorbei Leute Und ich hoffe es hat euch gefallen Lasst jetzt einen daumen nach oben Dafür mehr minecraft trolling Leute Und gerne ein abo Um nichts mehr zu verpassen Auch die glocke aktivieren Leute Und dann sag ich immer Danke fürs zuschauen Hau rein Und jetzt Ciao Leute Und jetzt Kommt Das gute Nämlich Meine Fehlversuche Leute Viel Spaß damit Hau rein Und jetzt Ciao Lange habt ihr darauf gewartet Jetzt gibt es endlich wieder Eine Folge von minecraft Trolling Leute Denn wir sind wieder zurück Auf dem mineplex server Und ihr wisst es Wenn wir auf dem mineplex server sind Müssten wir natürlich wieder trollen Leute Und Ja Das Deswegen Oh Ihr darauf gewartet Jetzt gibt es Oh Bektastisches Hallo Und willkommen zurück Zu einem Neuen minecraft Trolling Leute Und wir sind Oh Ernsthaft Das ist so Ach man Minecraft trolling Mit mir Den troll Creeper Leute Ja Der troll Creeper Ist am start Und ich Hoffen man hört Den guten alten Bagger Nicht im hintergrund Leute Ja Die baustelle Ihr ist da Und Leute Ihr habt Wie gesagt Wir sehen Und ich starte mal Habt ihr darauf gewartet Leute Oh Ernsthaft Mit Sicherheit Mit Sicherheit Mit Sicherheit drauf gewartet Leute Und jetzt gibt es Endlich wieder eine Folge von Minecraft Trolling Leute Hier auf den Mineplex Server Leute Und ihr seht es Ich habe meinen Skin Schön Ein wenig Passend Zum Diesen Zum Diesen Folge Genau Genau Mann